Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Rust. Wir haben hier einen kleinen Colani gebaut. Ne, Colani baut anders, gell? Egal. Wir sind wieder in Rust zusammen mit dem Fischkopp. Hallo! Jack Fleischhammer. Ja. Und der Bende Bob. Ja. Wunderbar. Und ich bin auch dabei, der Minjas. Hallo Minjas. Wir bauen hier Basis par excellence. Ich glaube, wir wissen gar nicht, was wir bauen. Das ist wie so aus Karten oder Bierdeckeln. Alles geplant. Das ist scheiße, ja. Oh, ich konnte es einsetzen. Zieling ist drin. Ich habe auch eingesetzt. Guck mal hier. Ne, den machen wir jetzt raus hier. Warum denn? Weil wir den jetzt den Rest nicht im Kram fettbocken. Weil du den da wieder reintun willst. Okay, Bob. Wir können das hier einfach machen, damit die Leute denken, wow. Nochmal. Kommst du unten in den Raum nochmal rein? Ne, das möchte ich jetzt gerne erklärt haben. Das geht doch nur um Ablenkung. In den Lootraum quasi. Ja, warte kurz. Oh nein! Oh nein! Oh nein, ich habe die Falsche immer. Also, neun. Neunmal die Falsche, 37mal die Rechte. Neunmal die Falsche, siebenmal, was sprecht ihr? Munition. Für La Thompson. La Thompson, Marcel Amtomson. Haben wir Waffen? Können wir gleich auf BVB-Tour gehen? Darf ich kurz schießen? BVB-Tour? Ja, BVB-Tour. Nur der BV. Ne. Ich kann hier, ich kann hier wieder rum. Das liegt keine Wand. Weil da fehlt, dir fehlt eine Wand. Warte, ich setze sie für dich und du kannst eine Decke setzen. Moment. Dö, 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 dö. Probier mal. So geht's jetzt noch nicht. Okay, dann. Oh, das ist versetzt, Entschuldigung. Das ist falsch. Das ist nicht versetzt, das ist einfach nur falsch. Dann geht's ja. Kevin, das war falsch. Du gehst jetzt nach Hause. Probier mal. Nein, es gibt kein Eis. Oder ich muss erst fertig bauen. Also, ich glaube, man muss mindestens fertig bauen, weil es schnappt nicht an hier oben. Jetzt? Nope. Floorplan. Jetzt prüft er das, ne? Er guckt das nach. Ja, natürlich. Also, wenn ein Fischkopf das sagt, dann hat er es erst mal noch walkout nichts zu bedeuten hier. Aber ich kann das verstehen, ich würde das genauso machen. So, mit zweit muss gehen. Und jetzt geht's nämlich nicht. Warte, warte, warte. Geh doch mal weg. Ich will den nicht auf die... Au! Siehst du, was ich... Bleeding critically. Was mache ich denn jetzt? Oh mein Gott, ich sterbe! Ich sterbe! Du hast deine Schlager, weins Aeron. Was? Bleib mal ruhig stehen, dass wir dein Zeug looten können. Oh mein Gott! Mach das mal... Ich sterbe, bleeding, 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 bleeding. Neunz, neun, Neunz... warning, neunz, neun... Siebzehn, sechzehn, vief... Fünfzehn... Sげen... Neun, acht, sieben... Sechs... Nein! Vier... Drei... Zwei... Eins, nein! Wie er auch bis zum Ende runterzählt, ne? Wie nervig. Ich loot ihn. kannst du nicht leise sterben wie ein mann ich bin ich bin direkt neben unserem haus gespawnt weil das die spawnt mit der zeit ja wie aufgeregt ich war ich dachte halt ich muss euch wieder stundenlang suchen die maps sind ja random falls es noch keiner weiß von den zuschauern ich weiß dass ihr das schon mal ja ok verstehe bitte die maps sind ja random falls keiner weiß hey gibst du mir mal ein t-shirt zurück ich hab das gefunden das lag doch digga ich trage sie gleich richtig aus und hier habe ich ihnen auch ein münchen zu gruppen mein freund lauf du lieber nicht flack darum hast du dein body gelootet hier hinten loot deine body sonst wird er disappear oh gott oh gott wieso hat er hey so warte mal ich muss mal wieder die karte austauschen tschüss kannst du mal irgendwie was denn ah bitte kannst du darauf zugreifen auf den auf den body ja das ist ein bisschen das spezielle pose wie du da gestorben bist ja das ist nicht sehr schön aber wahr ähm jack ähm ja ja dann komm her ich geb dir dich snadi alter ich finde raus wo du wohnst und wenn das fucking schweiz ist ist mir scheißegal dann fahr ich halt mit dem zuck und dann finde ich raus wo du wohnst und dann trete ich dir die scheiß tür ein und dann hole ich mir mein t-shirt zurück fisch gerade meine oren bluten das ist mir jetzt egal das ist nadi ist dran schuld wenn du schimpfst dann geh doch einfach ein stück ähm ne jetzt ist mein körper weg shit shit was hast du denn da woher nadi hm wo hast du nur die knarre her hab mir check geschenkt wenn ich so artig war wieso wie hallo le thompson darf ich vorstellen was denn le thompson de neveux de la chanson de la baguette wo ist eigentlich wo ist eigentlich oben auf dem dach ich mach sachen oh es ist hier echt ganz schön labyrinthisch ne ja wir machen das noch weiter wir machen auch noch weiter wie krass ich irgendwie gestorben bin ne ja super krass super krass super fett super krass wie machen wir denn das immer immer weiter höher weiß ich nicht weil größer besser können wir das nicht mal lassen irgendwie mal zumachen wir wollen das loch schließen und schlussendlich ist es ein turm geworden ja ich glaube wir sollten wirklich mal schließen hier mal irgendwann mal langsam oder so oh dann mach ich weg ja es war nur ein vorstark ich mein hoch ist tatsächlich gut und so ähm kann man den äh mr grün shirt was ist das hier abbauen wo du drauf stehst ähm wäre schlecht weil hier ist so ne treppe wo ist ne treppe hier ach schande wie machen wir das denn kann man hier die zwei wegnehmen welche das ist bisschen schwierig weil hier müssen wir ja auch irgendwie hoch ach hier hinten ist ne leiter ok da ist ne leiter was ist das hört ihr das was ist das rasenmäher das feuerzeug das feuerzeug mein flugzeug das ist für euch eigentlich nacht ein airplane guck mal es zieht richtig ne spur geil da hinten wollen wir da hin ne ne es macht ja nix es zieht einfach nur ne spur camtrails auch hier in rust wie aber warum fliegt es denn da weil es das kann weil es ein flugzeug ist du napp es droppt nichts ich hab nichts gesehen alpha wir spielen alpha ach schwierig oh ok also ich baue jetzt hier noch die dinge aus ah das ist richtig labyrinth ey und dann bauen wir hier zu 3 4 5 6 7 8 wo geht es eigentlich hier hin ach hier und dann geht es da runter und was soll man hier unten oh ne ich muss mir einen neuen bauplan machen das ist ja jetzt nicht euer ernst wieso was hast du denn gemacht na der ist weg ich jetzt ist das geschafft na die hast du gesehen warum ist denn hier ein doorway drin hier oben oder naja im zwischengang damit man runterschießen kann nicht gut oh die muss ich wieder raushauen das funktioniert nicht ich interpretiere das wir sollten auch langsam mal außen ähm Haus raus aufwerden oder hat jemand noch zufällig ein bisschen eisen wo wart ihr eigentlich äh holz holen jungs ich war ziemlich weit wo bist du gerade äh ich sag mal in der nähe von dem punkt wo so schlafsäcke liegen wenn man ja genau genau und da musst du halt einfach weiterlaufen das ist nicht so leicht da hin zu kommen da musst du einmal so über so einen Berg laufen aber dann geht es nicht jedermanns sache sagt er so sieht es aus so ich mach mir jetzt den building plan derweilen könnte ich ja mal ein bisschen steine hier einschmeißen ich weiß gar nicht mehr wo es runter geht ich glaub wir haben gar keinen weg mehr nach unten kann das sein doch hier nach unten stürzen hier wir machen einfach den hinterausgang weg oder wie naja man kann ja den hinterausgang auch raus indem man hier rauskrabbelt oder ach ne man kommt hier nicht mehr durch ähm leute ich hab keine schlüssel mehr für die türen ja ist dein bodywerk gefuckt das ist eh ne aufschließen ne ja ich mach ich mach schon wunderbar so geh weg geh weg ja schreib ihn nicht an jetzt mach den schlüssel oh ich dick bin können wir das ok geht los können wir das noch mal für die andere türen machen beziehungsweise kann ich mal einer reinlassen dann mach ich hier mein metallzeug rein passt das noch lock jetzt kommen wir hier hin an den anderen oh warte ich komme ich hab auch richtig viel metalohr reingemacht richtig viel das nervt mich voll mit dem soll man den dritten furnace noch beschicken kannst du hier nochmal aufklicken hier ja bitte ich hab ja kein metalohr mehr danke wir müssen die zwischentür auch noch abschließen am besten echt ach so ja du hast kein metalohr mehr gehabt ne dann nehm ich die tausend siebmal von mir oder bitte ich jetzt nicht total böse drüber soll vor auch gleich einschmelzen aber gerne äh was kann ich denn mit und mehr als tausend holz betrimmern kommt gut jungs bitte bone fragments kann man damit irgendwas schönes machen da kannst du ein messer draus machen bone knife oh ja aber dafür hab ich zu wenig ich hab auch zu wenig ähm wir müssten hier irgendwie den den frontbereich nochmal zusätzlich absichern weil weißt du im endeffekt ist ja alles jetzt offen also entweder machen wir hinten zu den zweiten eingang und einfach als basis tarn weißt du also großflächiger weiter vorne zu machen genau also wir haben ja oben noch eine große baustelle da ist noch alles offen aber da mal jetzt zu also da hab ich zumindest pläne hin dahin gehend dann haben wir das gleiche dann haben wir das gleiche also can't afford to place ich kann es mir nicht leisten weil ich kein Holz mehr habe weil ich alles an Holz verbrannt habe natürlich noch was zu bauen wir müssen zu sagen ich meine nur Hütte bauen ist doch langweiliger Zuschauer voll ich hole äh ich hole holz wollte ich gerade sagen ich hole holz ich hole holz was du bescheid was du bescheid bist wieso geht jetzt hier keine Wand ran ich fäll ich ich hole holz ich bin gleich wieder da ich mag jetzt nicht mehr bauen immer nur dieses schießen und so laut nee ich hab Bock auf schießen und so laut hast du Bock drauf richtig richtig supergeil drei drei vier fünf sechs sieben acht neun wieso nicht zehn oder acht wieso sind es neun neun mal Holz reinpacken meinst du damit du es aufwerten kannst neun mal hauen damit die Wand entsteht aus dem Bauplan zur Wand das Buch zum Spiel jetzt jetzt geht's oh mit Loch schade komm komm Papa braucht ne neue Wand ja ups hallo ja könnt ihr mich noch hören holz 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 bitte was denn ach nee ich hab äh auf den älte älte schossen und der der b ist wieder hier b-punkt ist wieder am start sag was oder stirb hm ich hab ja gerade jemanden getroffen ok ich hab ja gerade jemanden getroffen ok ich hab ja gerade jemanden getroffen ok ja ja ich brauch weiter ab dann bis geht ok ich hab ein Stück äh tier abgebaut Minjas ja du hast doch hier die treppe die treppe ganz oben gebaut ne du weißt nicht was ich meine das ist möglich weil die würde ich jetzt quasi Oh, hab ich dich getroffen? Hoffentlich. Nein, hast du nicht. Die würde ich jetzt quasi verlieren, so dass wir wirklich jetzt wieder zumachen werden hier. Ja, mach mal, mach mal. Aber wir haben hier noch Unebenheiten. Guck mal, Jack hier oben, siehst du das? Ja, ich kann es mal sehen, ja. Ist auch ein Bär, ich kann ein Bär. Kommt ihr hier rauf? Ja hier, bei mir, bei mir, bei mir. Komm hoch. Ja, warte. Ich möchte ja einen Bogenschuss absetzen. Mach mal Bogenschuss hier. Oh, alle haben schon Waffen. Bär, komm mal zu mir. Komm mal zu mir, Bär. Bär. Ah ja, okay, hast du erledigt. Machst du ein klein? Soll ich? Ne, mach du, mach du. Ich hab's schon auswählen. Ich spiel's von außen, weil das für die Zuschauer viel angenehmer ist. Hier hinterher Rücksicht, ne? Guck mal hier, übrigens ist eine Base. Sie habe ich gesehen, wollen wir da mal reingucken. Aber ich habe keine Waffen. Also ich kann mich nicht wehren, wenn da einer drin sein sollte. Da ist das Schloss. Holt. Hä? Die Tür ist... Ach, da war schon jemand drin. Ja. Ja. Aber ich könnte trotzdem mal gucken gehen. Bam. Ich habe gerade Parcours gemacht und werde nochmal das Holz hier oben holen. Ich weiß nicht, wie ich das hier zumachen soll. Aber ich finde, wir sollten auf jeden Fall die Basis noch so ausbauen, dass wir oben auch noch Räume drin haben. Zusätzliche. Backup-Räume. Versteht ihr? Ja. Oh, das ist schwierig. Einfach nur... Außerdem, wenn du eine große Basis hast, da haben die Leute Respekt. Da kommen die nämlich direkt rein. Naja. Also vor dieser Basis hatte man auch nicht Respekt. Nein, ich sage, das war ja ein Spaß. Achso. Ahja. Spaß. Ich sage ja, dann kommen die Leute direkt rein. Was? Spaß, Spaß. Ich denke nämlich, oh, viele Sachen... Kann ich eigentlich so eine Dings abbauen? Laterne? Oh, schwierig. Hilfe, wo ist eigentlich Snuddy? Was? Ich bin am Hämmern hier. Es dauert ein bisschen. Es ist laut. Einfach auf 3 drücken, dann ist das richtig angenehm für die Ohren. Dann sieht man manchmal Sachen nicht. Ich mache unseren Panic-Raum noch ein bisschen besser aus vorher. Mach bitte den Panic-Raum. Und rollen dabei ein bisschen das Air. Das ist von deinem Gast von Arian. Go. A funny dude. So, we have golden walls now. Oh, jetzt probier ich mal kurz was aus. Ich krieg es hier nicht zu, Leute. Ich krieg es hier nicht zu. Checker, was machst du noch? Soll ich zu dir kommen? Nö, nö. Ist eigentlich jetzt Nacht vor heute? Du bist Tag. Du bist Tag. Du bist Tag. Super. Der Mond steht direkt in 12 Uhr. Ich habe das Holz, da muss. Wir sind aber weit weg. Hier ist immer noch offen. Nadiiiiii. Und dann helfen wir Frau Unterstützung. Ich brauche mir jemanden, der sagt, das geht aber nicht. Oder so kannst du aber mal. Oder so kannst du aber mal. Nein, wir wollen jetzt oben bei einem Zubank. Vor allem, ich glaube, das sollten wir auch noch in dieser Folge schaffen. Weil sonst ist es ja auch. Ja. Und ich bin jetzt 16.000 Holz. Ich bitte das mal an. Ja, und dann ist es vielleicht gleich mal hochkommt. Das ist ja nicht. Bei mir ist ja, ne? Ja, gut. Das Einzige, was ich machen könnte, ich würde es mal außen einlocken. Das könnte man probieren. Probieren. Das könnte man probieren. Das könnte man probieren. Das könnte funktionalisieren. Funktionalisieren. Also wenn wir die Basis fertig haben, was ja jetzt absehbar ist, dann ähm. Dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Eisen und dann schmelzen wir hier den Server. Sehr gut. Aber ich habe da unglaublich viel reingepackt, ne? Also mindestens 2.000, 3.000 von denen. Ja, aber das ist... Ich habe ja hier... Ich weiß nicht, wie viele Millionen verbrannt schon. Für was eigentlich? Äh... Deine Waffen und deine Munition, ne? So, ich bin bei dir. Ich sehe halt nichts. Ich sehe nur schwarze Klumpen hier. Es geht halt auch nicht anders. Ähm... Geht halt auch nicht anders. Ne, ich mache ja für uns alle Gunpowder und so. So, das ist ja jetzt nicht... Dong, 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 dong. What the fuck? Oh. Hätte jemand einen Schlafsack gesetzt. Der absolut interessant ist ein, äh... Stop grad. An der Seite ist noch ein Loch, aber da kommt man nicht rein, oder? Kann das sein? Hier sind Löcher... Also hier oben... Und wenn kommst du nicht mehr raus. Also wenn du hier reinrutschst, kommst du nicht mehr raus. Bist du gefangen. Äh... Das Problem habe ich nämlich jetzt aktuell grad. Das... Ist jetzt doof. Warte mal, so was? Ne, das macht keinen Sinn. So was? Okay, das sieht schon mal besser aus. Weil dann kann ich da wahrscheinlich auch Ceiling setzen. Oh, das müsstest du unbedingt verändern. Dass man hier nichts mehr machen kann, wenn man in so einer Kante ist. Spalte. Oh... Iiiiih hat Spalte gesagt. Verstehe ich nicht. Was? Verstehst du nicht? Ähm... Boah. Übrigens, wenn man in den Furnace nichts reinlegen kann, beziehungsweise nichts rausnehmen, sollte man ihn kurz ausmachen. Ja, ähm... Pro-Tipp. Pro-Tipp, Vinyas. Ja. Wenn man da nichts rausnehmen kann, sollte man ihn ausmachen. Äh... Läuft hier jemand von euch rum? Nein. Außer... Ich bin nicht draußen, nein. Ich bin auf dem Dach. Ich meine, ich hätte was gehört. So, jetzt ist hier schon ziemlich viel zu, aber eben noch nicht alles. Ich glaube, das kriegen wir schon noch hin. Aber hier habe ich echt mörderische Megalöp. Du klopfst eine Tür rum, Nadir, kann das sein? Ja, das ist korrekt, ja. Komm mal rein. Kannst du ein bisschen schauen. Ein bisschen gearbeitet. Aber die Tür hat noch kein Schloss. Oh, ich sehe nichts. Ich will auch nicht geschlagen werden. Ah, ja, ist gut. Oh, perfekt. Das Problem ist das, weil wir hier vorne nichts haben. Weißt du, wir müssten irgendwie noch was da vorbauen. Ja gut, hier kann man ja nochmal ein Schloss reinsetzen. Also auf jeden Fall, ja. Doppeltür, ja. Und sonst kann man hier vorne noch eine Stufe 4 Tür hinmachen. Oder so. Also ich würde hier vorne, guck mal, können wir nicht, wenn wir die Stufen hier wegtackern, das würde uns allerdings eine ganz schöne Arbeit kosten. Hier da vorne was setzen, weißt du? Hm. Ich mach mal kurz die Tür zu und ich schließe auch ab, falls jemand uns gerade überrascht. Ja, Minja. Warte, warte. Ich muss noch ein Key machen. Kannst du nochmal öffnen? Warte. Die Tür muss nicht offen sein. Du musst noch entlockt sein. Ich muss ein Key machen. Ach so. Ja, aber dann geht es mal wieder nicht. Oh, Minja. Falsche. 50%. Soll ich Create a Key machen? Ja, bitte. Muss ich nur kurz in meinen Inventar gucken, wo der denn auftaucht. Okay, ganz am Ende, ja. Ich kann ja auch Level 6 Stufen machen, wenn du magst. So. Ähm, ja. Pass auf. Ich würde am liebsten noch was davor bauen. Und zwar nochmal genauso komplex. Einen Vorbau. Aber die Stufen sind extrem weit ausgebaut. Die sind schon Stein Level 2 Millionen. Ich hab keinen Bock mehr, das geht ja. Aber er ist Stein. Stein ist ja nix. Stein ist okay. Ah. Dass wir es wegkloppen können. Ja, das Ding ist halt, wir müssen den Boden jeweils auch ausbauen. Das vergessen sehr viele Leute. Ja. Das hatte ich von Ihnen ja vielleicht schon mal ja gesagt. Aber ich wurde ja für, äh... Was, 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 was? Schwierig gehalten. Ein Boden. Das war mir nicht bewusst. Das war mir nicht bewusst. Geisteskrank. Allerdings habe ich gerade probiert bei dieser Base, wo wir die sehen, den Boden weggehackt und da ist nichts passiert. Oh. Also mit dem drumherum. Wenn ich das hier setzen könnte. Verstehst du, wie ich mein? Ja. 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 Racht. Verzweifle sonst einfach aus dem Geh vom Server. Nein. Ganz einfach. Nein. Also in den einen der nächsten Folgen haben wir auf jeden Fall so viel Metal-Fragments, dass wir losgehen können. Ich bin bestimmt aus der, äh... Aber nicht mit Metall aufwerden, Sani, oder? Doch, wurscht. Also Stufe vier soll es schon sein, oder? Ja. Das hier auch nicht. Ja, Stufe vier auf jeden Fall. Nee, Stufe vier ist ja Metall. Ich habe aufgegeben. Nein, Stufe vier ist noch... Das ist noch eine gelbe Wand. Siehst du die? Interessiert das jemanden? Ja, ja. Die oben meinst du? Tschüss. Komm hier aber nicht ran. Tschüss. Kommst du offline? Ja, ich komm ran. Ich geh offline. Ich möchte nicht mehr. Ich spiel nicht mehr mit. Danke. Okay, tschüss. Tschüss. Autsch. Warum rennst du denn an mir vorbei, wenn ich Mama geschlagen habe? Ja, weil die Wand da oben fertig ist. Ach komm schon. Ach so, Entschuldigung. Nee. Ja, okay. Nee, ist aber noch nicht final. Ähm. Ach, wir wollen zu Stein mehr. Komm schon, lass mich raus. Lass mich raus, du Scheißspiel. Habt ihr da unten einfach normale Türen gebaut? Hm. Beziehungsweise, wie mach ich denn die Tür? So, meine Damen und Herren, ich danke fürs Zuschauen und bis dahin. Auf Wiedersehen. Was? Das ist jetzt das Final, oder? Ja. Doch, doch, das ist das Final. Also, es steht dann irgendwann links, you need Metal Fragments oder so'n Kram. Naddi, die unten ist fertig. Boah, du schlägst doch auch weiter drauf. Nein, ich schlag oben drauf. Ah, oh je. Okay. Ja. Es ist Naddi. Die Folge ist tatsächlich vorbei, oder? Ja. Die Folge ist vorbei. Die Folge ist vorbei, ja. Wie braucht man eine Tür? Äh, ein Schloss, meine ich? Ähm, mit Metal Fragments. Ach, fuck. Guck mal in den Ofen. Müsste eigentlich wieder da sein. Ah, sieht gut aus. Also, die Basis steht soweit. Es ist auch was Kleines geworden. So für uns. Schließt nicht zu, aber pff. Ganz dezent unauffällig, ja. Wir sollten aber die zweite Tür noch absichern dann. Bevor wir hier, äh, Schluss machen. Herr Minjas, haben Sie mir noch einen Schlüssel? Nein. Ja, komm her. Also komm hier hoch. Ah ja, ich bin da, ich bin da. Äh, warum krieg ich denn jetzt keine Wooden-Storage-Pocken? Was denn da los? Kommst du, kommst du raus? Jack? Nein? Nein. Ja, nein, vielleicht. Komm nicht raus, weil ich hier schon wieder in einer Felsspalte stecke. Und jetzt bitte keinen Spaltenspruch. Das war die schon die ganze Zeit, Mann. Ich hab hier schon Sachen gebaut, um mich hier raus zu manövrieren. Ah, wo man keine Sachen rausnehmen kann, ausmachen. Genau. Pro-Tipp Minjas. Genau. Ach, und auslassen, okay. Ja, ja. Ich schlafe nachher hier drin. Ne, ich würde nicht schlafen. Ich? Warum nicht? Ich würde hier schlafen. Ne, da ist aber nur eine Wand. Ne, Moment, da ist nur eine Wand. Und hier ist ne... Okay, wir finden dann schon einen Weg, wo wir schlafen. Cool. Teil eine. So! So, zu. Mach Schluss jetzt. Mach Schluss? Ja. Okay. Okay. Ich sehe Arme fliegen. Deswegen machen wir hier Schluss. Das passiert ab und zu, wenn man eine Third-Person lange spielt. Dann sieht man rechts Arme fliegen, wenn man wieder in die normale Ansicht geht. Ist noch Alpha, mein Gott. Wir spielen trotzdem Rust. Wir sind in der Season 2. Wir sind bei Folge 4, die jetzt zu Ende ist. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Rust wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss.